Hallo liebe RheinkickTV Zuschauer, mein Name ist Conny Wieting und ich bin euer RheinkickTV-Experte. Ich habe mir mal ein Thema ausgedacht, gerade jetzt speziell für die Jahreszeit, Wintervorbereitung, wie gehe ich als Trainer damit um, was mache ich am besten, was mache ich am besten nicht, wie kriege ich gute Stimmung rein, wie mache ich Training, wenn es am Schneien ist oder dies und jenes. Für mich einfach ganz wichtig ist auch, dass die Jungs nicht übersäuern, dass die Jungs nicht zu viel machen, gerade in den unteren Klassen wird es ja auch manchmal heftigst übertrieben. Ich habe jetzt von einem A-Ligisten gelesen, der jeden Tag trainiert mit den Jungs, also ich denke mal gerade Richtung meine Jungs, ihr habt das noch richtig gut, nur mit dreimal Training die Woche plus Sonntagspiel. Nein, ich denke mir, ich brauche auch nicht so wirklich jetzt über dieses Thema richtig ins Detail reinzugehen. Jeder Trainer versucht natürlich das Optimale in der Wintervorbereitung für seine Jungs zu machen. Es wäre natürlich sinnvoll, auch nicht den Spaß zu vergessen in der ganzen Geschichte, gerade mal einen schönen Mannschaftsabend machen oder vielleicht mal eine Bowlingrunde einschieben. Wir haben uns zum Beispiel vor zwei Wochen hier zum Pizzaessen getroffen in der Pizzeria Napoli, wo wir gerade wieder sind und das ist auch richtig gut angekommen. Wie gesagt, das Allerwichtigste ist einfach, dass wir den Jungs die Motivation geben in dem Wetter, dass wir einfach auch gucken, dass wir wirklich ein schönes Training aufbauen und dass wir da einfach auch immer wieder Spaß mit reinbringen, weil Spaß ist wichtig für die Jungs. Wenn man keinen Spaß hat, dann bringen die ihre Leistung nicht vernünftig. Und deswegen appelliere ich nochmal an alle, übertreibt es nicht so mit den Waldläufen und mit den Diagonalen und mit den 30 Runden a zwei Minuten. Alles blöde Übungen, bringt alles nichts. Das ist der Sport, der heißt Fußball und das wollen die Jungs mit dem Fußball machen. Und deswegen appelliere ich alle an euch, Jungs, macht eine geile Vorbereitung, aber vergesst den Ball nicht dabei.